Es fasziniert Alice jedes Mal, wie die beiden Häuser, Iris und Rosas, von außen so gleich aussehen können und von innen doch so unterschiedlich sind. Bei Rosa gibt es Vorhänge statt Türen. Im Garten hängen Windspiele in den Bäumen und in der Küche steht kein Esstisch. Essen bestellen sie in der Pizzeria an der Ecke. Wie könnt ihr euch das leisten? fragt Alice. Rosa sagt, dass sie einen Sonderpreis bekommen. Außerdem arbeitet ihre Mutter ja und verdient Geld. Sie ist Wahrsagerin und liest den Menschen aus den Karten ihre Zukunft. Es ist kaum zu glauben, wie viele Kunden ihre Mutter hat. Bei Rosa im Badezimmer stehen braune Tablettendosen. Rosa zeigt Alice ihre Lieblingssorten, orangefarbene längliche Tabletten, die schwer zu schlucken sind. Sie sind magisch, sagt sie, weil man von denen ganz ruhig wird. Sie gibt Alice eine Tablette und schluckt selbst eine. Und Rosa hat recht. Alice wird ganz ruhig, als ob sich eine weiche Baumwolldecke in ihrer Brust ausbreitet. Alice vergisst die schmerzenden Gelenke ihrer Mutter, den Vater, der nie zurückkommt. Alles wird ganz warm und still. Was sind das für Tabletten? Rosa zuckt mit den Schultern. Sie weiß es nicht. Sie machen sie froh. Das reicht doch. Die Schreie von Rosas Mutter unterbrechen sie. Was ist los, Mama? Rosa steht auf, läuft in den Flur durch den rasselnden Perlenvorhang ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Dieser Mann! Kannst du ihm bitte sagen, dass er gehen soll? Kurz darauf hört Alice einige deftige Flüche und sieht einen großen, verschwitzten Mann mit einem Handtuch um die Hüften im Flur. Verschwinde, sagt Rosa. Hau ab! Sie wirft ihm seine Kleider vor die Füße. Doch der Mann will nicht gehen. Er und Rosas Mutter hätten noch ein paar Sachen zu besprechen. Außerdem will er sich in Ruhe anziehen. Aber Rosa sagt, wenn er nicht sofort verschwindet, ruft sie die Polizei. Geh zum Telefon, Alice! Ruft sie Richtung Küche. Ruft die Polizei an und sagt, dass ein Einbrecher im Haus ist! Der Mann flucht erneut, rafft seine Kleider zusammen und flüchtet. Nachdem Rosa die Haustür versperrt hat, geht sie in die Küche, öffnet das Fenster und schreit dem Mann hinterher, dass er seine widerliche Unterhose vergessen hat. Ob er sie haben wolle oder ob sie sie verbrennen kann. Der Mann antwortet nicht und Rosa wirft die weißgelbe Unterhose aus dem Fenster. Was auch passiert, sagt sie, als sie und Alice dem davonrennenden Mann nachblicken. Was immer auch passiert, ich werde niemals einen Mann haben! Und was ist mit Kindern? fragt Alice. Das wusste Rosa nicht genau. Aber wie willst du Kinder bekommen ohne einen Mann? Aber wie willst du Kinder bekommen ohne einen Mann? Äfft Rosa sie verächtlich nach. Wie dumm bist du eigentlich? Man brauchte einen Mann höchstens ein paar Minuten, um ein Kind zu bekommen. Sie mussten nur ihre eigenen Mütter ansehen. Nein. Beide hatten Kinder, aber keinen Mann. Und nein, fährt sie fort, als Alice etwas sagen will. Fang jetzt nicht wieder mit deinem Vater auf den sieben Weltmeeren an. Ich hab deine Geschichten satt. Da steht plötzlich Rosas Mutter in einem roten Seidenmorgenrock in der Küche. Auf ihren Wangen ist schwarze Wimperntusche verschmiert. Sie streckt sich nach der Zigarettenpackung und flucht, als sie sieht, dass nur noch eine übrig ist. Rosa nimmt ihr Feuerzeug. Mama streicht sich die Haare hinter das Ohr, steckt die Zigarette zwischen die Lippen, hält sie in die Flamme und zieht. Ich glaube, sagt sie zu ihrer Tochter, deine kleine Freundin sollte jetzt besser heimgehen. Geh nach Hause, Alice, befiehlt Rosa gehorsam. Los, geh heim und glotz nicht so! Als Alice an diesem Abend nach Hause kommt, sitzt ihre Mutter im Flur auf dem Boden und versucht mit ihren geschwollenen Fingern ihre Schuhe zu binden. Warum versucht sie es immer wieder, obwohl sie schon lange keine Knoten mehr knüpfen kann? Alice fragt, wohin sie geht. Sie beugt sich hinunter, um zu helfen, doch ihre Mutter weist sie ab. Die Schuhe braucht sie nicht mehr. Sie wollte nach Alice suchen. Ich war nur bei Rosa, sagt Alice. Ja, das weiß sie, aber schließlich ist es schon spät. Sie muss ja nicht auch noch die Abende bei Rosa verbringen. Alice fragt, was sie gegen Rosa hat, und ihre Mutter erwidert, dass sie ihr nicht traut. Es wäre schön, wenn sie sich andere Freundinnen suchen würde. Alice denkt, dass ihre Mutter nur Rosas schlechte Seiten kennt, dass sie flucht und aufmüpfig ist und keinen Respekt vor Erwachsenen hat. Was weiß Mama schon von den Stunden, in denen sie und Rosa sich nachts aneinander wärmen? Von den Spielen im Baumhaus und den Scherzen, die nur sie beide verstehen? Was weiß sie schon von Rosas geflüsterten Worten, dass sie mehr als Freundinnen sind, dass sie Schwestern sind und immer füreinander da sein werden?